Wir sind jetzt heute in Aachen, in der Hardcore Station, trainieren heute Brust vor dem Training. Super LSP Organizer, das rockt. Los geht's! Ich wollte euch mal vorstellen, mein erstes eigenes T-Shirt, wird heute beim Bustraining getestet. Super Qualität, gleich geht's los! We have to wait. We have to wait. We have to wait. The list is the one, one is the one and the one. We have to wait. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das Training, nur zweieinhalb Stunden Brustbiceps trainiert, muss man auch mit Eiweiß im Training versorgt sein. Perfekt Infra Rush, mit der Infra Rush Flasche. Perfekt.